Am Donnerstag wurde ein 27-jähriger Syrer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf Bundeswehrsoldaten in Hof festgenommen. Nun wurde bekannt, dass er bereits mehrere Monate im österreichischen Gefängnis saß. Der Syrer sei im Landgericht Eisenstadt in Burgenland wegen Schleusung zu einer Freiheitsstrafe von 19 Monaten verurteilt worden. Nach der Verurteilung sei der Mann Ende April 2019 wieder entlassen worden. Nach der Festnahme in Hof hatten die Ermittler zunächst mitgeteilt, dass der Mann nicht vorbestraft gewesen sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017